Ich bin Toni und ich bin neu an der Schule. Ich bin nämlich nachgerückt für eine andere. Ich tanze und singe schon immer. Da vergesse ich einfach alles um mich rum. Aber auf der Bühne, da habe ich mega Lampenfieber. Ich weiß einfach nicht, ob ich gut genug bin. Die sind alle so talentiert. Ich hoffe, ich schaffe das.